Hallo, mein Name ist Johannes Morgenroth und ich bin Anwendungsberater bei Schwindt. Wir bieten einige Kurse zu Inovia, den webbasierten Rollen der 3D Experience Plattform. Beginnend mit dem Kurs EWE zum Arbeiten mit der Web-Oberfläche. Zielgruppe sind alle 3D Experience Anwender, die keinen anderen Grundkurs zur 3D Experience anstreben. Zu den behandelnden Themen gehört unter anderem die Suche und die Sichtung der Daten, Möglichkeiten um Daten im Web zu viewen und die Navigation über den 3D Experience Kompass. Für Anwender mit CATIA V5-Kenntnissen haben wir die Schulung für die CATIA V5-Integration in 3D Experience. In dem Kurs EV5 wird natürlich das Speichern, Suchen und Öffnen behandelt. Und auch weitere Themen wie das Arbeiten mit Templates, revisionierender Daten und die Navigation in dem 3D Experience Web Client sind Inhalt der Schulung. In dem Kurs EBM Inovia Engineering Bomb Management Essentials werden die Grundlagen zum Verwalten von Stücklisten für z.B. Freigabeberechtigte oder prozessverantwortliche Mitarbeiter geschult. Es werden neue Inovia-Artikel angelegt und mit CAT-Objekten verknüpft. Diese und die dazugehörigen Dokumente freigegeben und auch die Änderungsverwaltung und Reviews sind Themen. Zum Projektmanagement in 3D Experience bieten wir mehrere Kurse. Grundlage für weiterführende Kurse ist der EPF Inovia Project Management Fundamentals Kurs. Voraussetzung für diesen Kurs sind Grundkenntnisse im Projektmanagement. Die Hauptthemen sind die Projektplanung, Überwachung und das Arbeiten mit dem GAN-Chart. Es wird auch der Lebenszyklus von Dokumenten und die Microsoft Project Integration behandelt. Für Projektleiter und Programmanager ist unser Kurs EPA Inovia Project Management Advanced. Hier werden weiterführende Themen wie Projektrisiken, Ressourcen, Finanzen, Arbeitszeitnachweise und die Analyse der Projektgesamtleistung in Metriken geschult. Als Vertiefung für Projektmitglieder und Teilprojektleiter haben wir den Kurs EPE Inovia Project Execution Essentials. Ziel ist in diesem Kurs die Vertiefung der Projektmanagementgrundlagen und das Erzeugen und Verwalten von eigenen Teilprojekten in 3DEXPERIENCE. Für mehr Infos zu 3DEXPERIENCE Inovia und unseren Kursen besuchen Sie unsere Website www.schwind.eu www.schwind.eu www.schwind.eu